Ich bin Tina, auf sozialen Medien als VSKIJ bekannt und ich spiele Peter Black, einen Geisterjäger. Peter Black ist ein sehr charmanter, lustiger, 36-jähriger, alleinstehender Mann, der voll in seiner Arbeit aufgeht und in der Forschung in Hinsicht auf die Geisterkunde. Er ist jetzt auch schon seit 36 Generationen mit seiner Familie im Geisterbusiness mit der Black & Black Ghost Detection & Ejection Service LTD. Peter jagt Geister, weil das einfach seine Familie schon seit Ewigkeiten, schon seit Jahrhunderten macht. Es wurde ihm in die Wiege gelegt, also er kann sich gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Er liebt Geister, er hat seit Kindesjahren angesehen, wie seine Familie das gemacht hat und er hat ihn im Familienbetrieb übernommen und geht da voll dran auf. Peter liebt Kaffee, er liebt Kaffee so, so sehr. Er trinkt Kaffee gerne so schwarz, wie sein Nachname ist. Peter Black.